Das wird jetzt gefallen. Ich werde sie aufhalten. Du bist ein Bilderband. Das ist eines von Jack Doobles. Das wird in der Ratten-Täter täuschen und nicht mit der Gebenen bereit sein. Lass euch verweilen. Ich werde sie aufhalten. Ich werde sie aufhalten. Nein! 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 Das hat ihn gut! Das hat ihn gut. Das ist ein gewartiges Ding, das ihm runtergefallen ist. Er sendet seine Be- die Taschenuhr zeichnet auch Ton auf. Jack hörte sich gerne die Lobhudeleien seiner Unterkügenden an. Wir brauchen einen Stimmmodulator, damit wir mit Jacks Stimme reden können. Geh zu einem Informationsstand. Geh sie dir. Bleib schön da stehen! Ich muss noch mehr Stimmproben von den anderen Informationsständen besorgen. Ich weiß nicht. Hey Kids, wusstet ihr, dass das Risiko massakriert zu werden, um 80.000% steigt, sobald man Opportunity verlässt? Das ist wissenschaftlich erwiesen. Okay, ich hab jetzt fast alles beisammen. Aktiviere noch ein paar letzte Stände. Wusstest du, dass du auf den zukünftigen Standort des Opportunity-Vergnügungspalastes starrst? Richtig, für 1000 Leute kann man sich dort eine Stunde lang mit einem lebensgroßen Abbild von mir vergnügen. Keine Bewegung. Hey Kinder, wusstet ihr, was eure Mamas und Papas aufgegeben haben, damit ihr in Opportunity leben könnt? Nein, gar nichts. Eure Schlebe bekommt sogar Geld dafür. Ich bin derjenige, der hier alle ernährt und beschützt. Denkt dran, lebt eure Eltern. Aber lebt mich mehr. Wusstet ihr, dass in Opportunity auf Umweltverschmutzung die Todesstrafe steht? Ich weiß nicht. So, doch, ich hab das Geld an dem Einsatz von Opportunitys als eine kleine Umwelchverschmutzung gelegt. Das wird hier nicht hart genug. Nur ein geschuldener Arbeiter ist ein guter Arbeiter. Das wird hier nicht. Das wird hier nicht. Oh 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 Bring die Tassen auf, schnell Abschaltung Oder Na ja, langsam Ich sehe die Dateien Fertig Und jetzt nimm den Stimmmodulator Gut Jetzt wirst du leider mit Jacks Stimme sprechen, bis du die Sicherheitstür erreichst Das Passwort, um sie zu öffnen, nenne ich dir zu gegebener Zeit Was für eine interessante Technologie Ich frage mich wie Oh, ich klingel grauenhaft Hast du wirklich gedacht, du kannst dich vor mir verstecken, Angel? Hast du das echt gedacht? Sag deinem Freund lebwohl Los Ja Du hast die letzte Tür zur Angels-Kontrolle kein überwunden, was? Überraschenderweise hört sie ihren Teil der Abmachung angehalten Zeit, dass wir uns erkenntlich zeigen Komm zurück, dann stehen wir uns einen Kammerschlüssel Ja Dies ist eine Botschaft an den Crimson Raider Widerstand Seht ihr diese schimmernde Stadt am Horizont? Der widersteht ihr ihrer Schönheit, Reinheit Ordnung Denkt drüber nach, wenn ihr das nächste Mal in eurem eigenen Dreck schlaft Hi, dies ist eine Botschaft von Handsome Jack an die Bauarbeiter von Opportunity Ihr Gentlemen errichtet die Zukunft Sobald die Stadt fertig ist und ihre sorgfältig ausgewählten Einwohner anrücken Werdet ihr die wahre Schönheit sehen können Die Opportunity Die Oh, Zeit sich ein paar denkwürdige letzte Worte auszudenken.